Herzlich Willkommen meine lieben Freunde, wir sind auf meinsob.net und werden die noch in einem Brett verspielen. Ja, ich muss euch was erzählen. Ich hab eine E-Mail bekommen. Das war lange her, dass ich Kontakt mit ihnen hatte und jetzt kommt er auf einmal wieder zurück und hat mir eine E-Mail geschickt. Das ist AdminEvil. Was macht er wieder bei mir? Was will ihr? AdminEvil GmbH is back. Aha, ok. Ja, das ist ja auch ein verrückter Kerl, aber... Ja, lesen wir uns mal die E-Mail durch, was wir hier so haben. Wir nehmen bei Spirma Betos und dann machen wir erstmal hier ein auf Gold. Ne, auf Eisen, ne? Eisen brauchen wir. Da oben ist Eisen. So, stimmt, da unten stehen sie alle dabei hier. Was hat er geschrieben? Guten Tag, Dead Pictures. Ne, lass mal lieber. Wünsche dir keinen guten Tag. Lass stecken, du Honk. Äh, ok. Ja, alles klar. Ja, ich bin doch kein Honk, oder? Und, äh, warum redet der so komisch? Lass mal stecken. Was will der von mir? Holen wir uns erstmal ein Blecke hier. Blecke. So. Dann brauchen wir mal. Ne, wir brauchen ja noch was anderes, ne? Wir brauchen ja noch Spitzhacke. Gut, dann brauchen wir mal. Ok, was hat er denn noch geschrieben hier? Der Tag ist gekommen, wo ich dir deine Unterhose über deinen Kopf ziehe. Ähm, ok. Meint er jetzt persönlich, oder? Ich glaube, das meint er nicht ernst. Das sagt er einfach nur mal so, weil er Langeweile hat, wie viele andere. Ok. Was haben wir hier noch stehen? Du hast lange genug den Frieden gespielt. Warum in welchen Frieden habe ich den gespielt? Was passiert hier denn schon wieder? Ok, gut. Warum in welchen Frieden gespielt? Welche Spiele waren nicht Frieden? In welchen Welten lebt der denn? Äh, jetzt kannst du einpacken. Einpacken. Wie soll ich einpacken, wenn ich noch hier bin? Einpacken. Warum soll ich meinen Koffer packen? Wohin soll ich denn? Verstehe ich nicht. Soll man nicht verstehen. Wie auch immer. Gut. Es war lange her, aber jetzt lege ich richtig los. Wie legst du richtig los? Was meinst du überhaupt? Atmenieren will, ist komisch. Sehr, sehr komisch. Ich backe irgendwie so ganz komisch zurück. Ich weiß ja auch nicht warum. Die anderen gucken auch, was ist denn mit denen los. Ich backe hin und her. Hin und her. Und? In jeden Fall habe ich hochgebaut. Sehr weit hochgebaut. Okay. Seit ich den Unwesen auf Griefer Games in Angst und Schrecken gebracht habe und nun nehme ich dich als Kontakt und du wirst mein Werkzeug sein für meine Zwecke. Wie bin ich Werkzeug? Bin ich ein Hammer oder? Was meinst du damit? Meine Zwecke für Kontakt? Wie Kontakt meinst du denn? Welchen Kontakt? Wir stehen in Kontakt. Ja und? Oder auch nicht. Welche Art meinst du überhaupt? Ich glaube, du brauchst ein Krankenhaus oder du brauchst eine Therapie. Was haben wir denn noch hier stehen? Angst und Schrecken. Das machen wir ja keine Angst und Schrecken. Angst und Schrecken ist, wenn du mir wirklich die rote Hose hochziehst. Okay, was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen mal eine Spitzhacke. Ein paar Blöcke. Und los geht's. Und? Ja, er ist einfach von mir her gesprungen. Keine Ahnung. Er ist einfach weg. Oh, der ist weg. Sehr schön. Warum bauen die sich hoch? Okay, wenn er sich hoch baut, dann baue ich ihn mal gerade aus. Und nach langer Zeit habe ich mir eine eigene große Firma aufgebaut. Nun ist unsere Produktion voll an Laufenden. Und die Vollendung ist nah. Mua. Welche Produktion? Welche Firma? Was meinst du? Ad-Man Evil Game? Ja, meinst du wirklich? Das glaubt ja eben jemand. Das ist doch kindisch. Was du da abziehst. Muss man nicht verstehen, wa? Das muss man nicht verstehen. Der Typ ist verrückt. Ich glaube, der braucht Familie. Ich brauche Steine. Das brauche ich wirklich. Würde mich freuen, wenn du uns beitreten würdest. Wie soll ich dir beitreten? Ich bin hier an Verlieren. Das bin ich. Mit freundlichen Größen hat man Evil und den Team. Die sind ein Team und dann schreiben die so, was ist das normal? Das ist doch nicht normal, oder? Okay, meine liebe Freunde. Das ist ein wahnsinnig, mega cooler Brief. Ja, kein Brief, aber halt. Ja, ihr seht schon. Eine E-Mail. Was soll man dazu sagen? Ich habe jetzt auf den Brief geantwortet. Zurückschreiben tue ich nicht, aber halt. Was für ein Scheißmann immer so als E-Mail. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine Standard-Mail, die... Na, da steht mein Name drin. Was? Man kann sich nur totlaufen. Na, na, na. Aber wie auch immer, meine liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen so ein Mal. Dann macht es gut. Und folgt mir auf Instagram und abonniert mich. Und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht es gut und schau.